Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und für die, die zum ersten Mal hier sind, hi, ich bin Becky. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ein absoluter Riesen-Fan von Notion bin. Das ist so die allerbeste Produktivitäts-App, der ich jemals begegnet bin. Und sie funktioniert tatsächlich auch auf allen unterschiedlichen Plattformen. Das heißt, es ist egal, ob ihr Windows, Android, iOS oder macOS verwendet, das wird auf jeden Fall für euch funktionieren. Heute wollte ich ein Template vorstellen, das ich quasi für alle Studienanfänger, aber auch einfach Personen in früheren Semestern, die vielleicht noch nicht so richtig ihr Leben in den Griff bekommen haben. Also für euch habe ich hier ein kleines Template gebaut. Im Prinzip habe ich mich gefragt, was könnte ich erst die Becky erzählen und was würde ich gerne erst die Becky geben, damit sie ihr Leben besser auf die Reihe bekommt. Und das machen wir heute im Prinzip anhand des Templates. Falls ihr Notion schon kennt, könnt ihr einfach vorspringen. Ihr seht das ja immer in der Timeline. Falls ihr Notion noch nicht kennt, werde ich es euch ganz kurz erklären. Aber erstmal auch ein riesiges Dankeschön an Notion, die tatsächlich dieses Video sponsoren. Das heißt, es wird immer hier oben ein kleines Werbung drin geben, aber lasst euch nicht davon irritieren. Notion ist aber eine App, die wie gesagt auf allen Plattformen funktioniert. Und die App ist auch kostenlos, was ich super finde, weil es dann einfach viel einfacher ist für alle zu benutzen. Wenn ihr sogar an Studierende seid und an einer Uni eingeschrieben und auch so eine Uni-E-Mail-Adresse habt, dann könnt ihr euch tatsächlich auch für den Pro planen, also wo man sozusagen noch mehr Schreibblöcke und noch mehr Möglichkeiten gibt, das bekommt ihr kostenlos obendrauf, wenn ihr Studierende seid. Das heißt, für Studis ist es wirklich eine super, super App. Was mir daran eben am besten gefällt, ist, dass sie halt, diese App einfach so individualisierbar ist. Also ihr könnt natürlich dieses Template verwenden und ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr bei Notion einsteigt, Templates von anderen Personen einfach mal auszuprobieren und mit denen anzufangen. Aber ihr könnt das dann letztendlich komplett auf eure Bedürfnisse zuschneiden. Und das ist letztendlich das Allerbeste, was man haben kann, weil ich so wirklich einen Workspace bauen konnte, der für mich persönlich super funktioniert. Den habe ich mal am Anfang des Jahres gezeigt. Aber vielleicht ist das mehr so euer Vibe und ich habe auch mein Template gemacht für so Vorlesungen und wie man seine Uni-Unterlagen organisiert. Und das werde ich euch auch in der Description-Box verlinken. Aber wir schauen einfach mal direkt rein bei dem Template hier auf Notion. Das hier ist also das grundsätzliche Template, was ich in Notion gebaut habe. Und wie gesagt, das ist alles komplett customizable. Das heißt, wenn euch dieses Design nicht zusagt, diese Bilder hier nicht zusagen, das könnt ihr einfach rauslöschen, andere Bilder reinmachen und so weiter. Ihr könnt hier oben den Background verändern, den Emoji verändern. Das heißt, es muss nicht in diesem Farbspektrum sein, falls euch das nicht zusagt. Bevor wir uns jetzt die einzelnen Teile dieses Templates anschauen, möchte ich euch ganz kurz die Basics von Notion zeigen. Und zwar das Prinzip bei Notion ist eben, dass es hier so eine Art Blöcke gibt. Und jedes Mal, wenn ihr hier so diese sechs Punkte seht, dann wisst ihr, aha, hier ist ein Block. Und ihr könnt entweder in einem Block einfach was reinschreiben, aber wenn ihr diesen Slash einfügt, dann seht ihr, habt ihr ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, aus diesem Block etwas anderes zu machen. Das heißt, für manche To-Do-Listen können wir hier reinmachen, wir können Überschriften reinmachen, wir können Listen machen, numbered Listen, Toggle-Lists, die ich persönlich super cool finde. Aber wir können auch Tabellen einfügen und Boards und wir können auch Bilder einfügen, wie ihr hier seht. Ihr könnt auch Videos direkt einbauen, ihr könnt Google Drives einbauen. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, was man hier in Notion so alles machen kann. Und das ist so ein bisschen das Prinzip, dass man quasi diese Blöcke hat. Was auch wichtig zu erwähnen ist, ist wahrscheinlich Page, weil das ist eigentlich das tolle in Notion, dass man sozusagen immer Seiten in Seiten in Seiten in Seiten haben kann. Und dadurch kann man das Ganze sehr schön verlinken und verweben miteinander. Und dadurch bekommt man dann eben tatsächlich so diese richtige Customizable-Funktion. Die restlichen Funktionen werdet ihr jetzt anhand des Templates einfach immer sehen. Und wir schauen uns jetzt die drei unterschiedlichen Bereiche an. Ich werde die in der Timeline markieren. Also falls euch ein gewisser Bereich am meisten interessiert, könnt ihr auch dahin gehen. Gehen wir also zuerst mal in die private Ecke und hier meine Träume. Wie gesagt, das Design könnt ihr komplett verändern. Ihr könnt das hier anpassen, wie ihr möchtet. Aber was mir am Anfang des Studiums so ein bisschen gefehlt hat, war die Fähigkeit, meine Träume und meine Ziele so richtig zu formulieren. Und zwar so zu formulieren, dass ich quasi jetzt schon auf sie zuarbeiten kann. Und deswegen habe ich das so ein bisschen für euch hier gebaut. Das ist jetzt natürlich sehr basic. Aber wir gehen das mal kurz durch. Hier ganz oben habe ich zuallererst, warum studiere ich mein Studienfach. Denn es wird irgendwann im Semester Zeiten geben, wo es einfach super anstrengend wird. Und wo ihr vielleicht nicht mehr studieren wollt und so weiter. Und ich finde es deswegen ganz gut, einfach mal aufzuschreiben, warum man das Ganze überhaupt studiert. Das heißt, hier könnt ihr eure Gründe aufschreiben. Bei Träumen finde ich eine ganz gute Sache eigentlich zu überlegen, in Zeitspannen zu überlegen. Das heißt, wie möchte ich in sechs Monaten sein? Wer möchte ich in einem Jahr sein? In fünf Jahren? In zehn Jahren? Und so weiter. Und dann sozusagen die Schritte dafür aufzuschreiben. Und das kann alles sein. Also das heißt, das können Ziele sein. Das können berufliche Ziele sein. Das können aber auch persönliche Ziele sein. Ihr könnt auch aufschreiben, was für ein Mensch ihr dann sein wollt. Also möchtet ihr ausgeglichen sein? Möchtet ihr super busy sein und in der Großstadt leben und in New York durch die Straßen rennen? Also das ist quasi der Ort, wo ihr aufschreiben könnt, was also eure Ziele und Wünsche sind. Ich finde es dann immer ganz gut, diese Träume einmal aufzuschreiben und dann zu realisieren, was kann ich jetzt machen, was schon dafür arbeitet. Das heißt, wenn zum Beispiel euer Ziel ist, in einem Jahr, fünf Jahren und so weiter gesund zu sein und immer noch ein gesunder Mensch zu sein, dann wäre zum Beispiel ein Ziel für euch, regelmäßig Sport zu machen. Das ist also ein Schritt, den ihr jetzt schon gehen könnt, um langfristig einfach gute Gesundheit zu haben. Und das habe ich hier in einer Tabelle eben festgehalten. Bei Tabellen ist eine ganz coole Sache, dass man hier unterschiedliche Punkte ganz normal anlegen kann und dann kann man hier unterschiedliche Arten von Informationen aufschreiben. Das heißt, bei regelmäßig Sport machen habe ich jetzt hier markiert, für welchen Traum das ist. Also für in sechs Monaten, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre und dann auch den Status. Das heißt, ob man damit angefangen hat, ob es einfach ein offener Schritt ist, also irgendwas, woran man quasi konstant arbeiten muss, was man also nicht richtig erreichen kann oder ob es in Arbeit oder abgeschlossen ist. Und so etwas wie gute Lernstrategien, wenn zum Beispiel euer Ziel ist, in sechs Monaten gute Noten zu schreiben oder zumindest einfach mal im ersten Semester nicht komplett abzustürzen, dann wäre es ja ganz gut, sich damit zu beschäftigen, welche Lernstrategien gut sind. Und dann könnt ihr hier eben sagen, okay, das ist in Arbeit, das macht ihr. Was ich auch super praktisch finde, ist die Möglichkeit, bei Notion in den Tabellen unterschiedliche Ansichten anzusehen. Das heißt, wenn wir hier drauf klicken, können wir sehen, aha, es gibt eine Ansicht für sechs Monate, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre. Und wenn wir auf sechs Monate klicken, bekommen wir alle Schritte angezeigt, die wir für den Traum in sechs Monaten haben. Und das macht man, indem man hier einen Filter reinlegt. Und bei diesem Filter sagt man, wo die Property, also die Eigenschaft für welche Träume, beinhaltet sechs Monate. Und dann werden eben nur diese Träume angezeigt. Was man aber auch machen kann, ist eine komplett andere Ansicht. Das heißt, nicht nur noch Informationen zu filtern, sondern einfach eine andere Ansicht der Sachen zu haben. Und ich habe jetzt hier eben die Schritte mal gezeigt, zum Beispiel nach nicht angefangen in Arbeit, abgeschlossen und offener Schritt, damit man hier eine schöne Kanban-Board-mäßige Übersicht darüber hat, was man jetzt tatsächlich machen könnte, kann welche Schritte noch nicht angefangen sind, in Arbeit sind abgeschlossen oder wo ihr einfach regelmäßig irgendwas in euch, in euren Alltag einbauen müsst. Zurück zur privaten Ecke haben wir dann Rezepte. Ich habe hier einfach mal, das ist, glaube ich, relativ eindeutig, ihr wisst alle, was ein Rezept ist. Ich finde es aber super praktisch, die Sachen zu sammeln, weil wenn man nicht mehr zu Hause wohnt oder generell einfach sich um sich selbst kümmern muss, dann ist es super gut, wenn man einfach so ein paar Rezepte immer in petto hat. Was ich hier dann also auch gemacht habe, ist, dass ich dann die Zutaten hier reinkopiert habe. Das heißt, ich habe in die Seite geröstetes Gemüse mit Hummus dann einfach die ganzen Sachen reinkopiert, die man für das Rezept braucht, damit ihr dann umso schneller sozusagen eure Sachen einkaufen könnt. Hier habe ich zwei Sachen eingefügt, die mehr oder weniger Vorlagen von Notion sind. Das ist nämlich auch ganz cool. Notion hat unheimlich viele Vorlagen selbst mit drin. Ich persönlich verwende zum Beispiel keinen Habit Tracker, aber vielleicht machen das ja einige von euch. Und dann wollte ich euch einfach mal nur zeigen, hier gibt es unterschiedliche Vorlagen, die man von Notion eben verwenden kann, um einen Habit Tracker zu benutzen. Und hier unten gibt es dann Content. Das finde ich eigentlich sehr sinnvoll. Das habe ich auch für mich, aber es sieht ein bisschen anders aus. Und zwar geht es darum, dass wenn ihr einfach Sachen konsumiert, also entweder dieses Video hier oder Artikel, Podcast und so weiter, dass ihr dann die Sachen, die euch dafür interessieren, einfach sammelt an einem Ort, damit ihr sozusagen relevante Informationen oder Insights einfach nicht mehr vergisst. Und da könnt ihr auch hier in einer wunderbaren großen Tabelle die ganzen Informationen einfach abheften, sozusagen. Es gibt den Typ von, also was ihr angesehen habt, ob es ein Artikel war, Podcast und so weiter. Dann gibt es hier quasi die Möglichkeit, eine Notiz zu erstellen in den Pages. Und dann könnt ihr eben schauen, was euer Status ist. Score, weiß ich nicht, ob das euch interessieren würde. Das mache ich eigentlich nur für Bücher, Autoren, Publisher. Ich weiß nicht, was euch hier alles interessieren würde. Ihr könnt ja dann hier einfach alles rauskopieren, falls euch das einer nicht interessiert dazu. Und auch wieder hier gibt es unterschiedliche Ansichten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel dann alle Insights aus Podcasts haben möchtet, dann seht ihr hier die Podcast-Ansicht. Und das finde ich einfach super cool, eine schöne Übersicht über die Sachen zu haben. Eine weitere Anmerkung ist, wenn ihr in Notion mehrere Seiten habt, wir sehen nämlich hier zum Beispiel Studi-Leben. Wir sehen hier, das sind quasi alle Unterseiten, die hier aufgelistet sind. Aber wenn es ein paar Seiten gibt, zu denen ihr schnell kommen möchtet, also damit ihr nicht immer zurückgeht und zum Beispiel auf meine Träume klickt, könnt ihr hier oben auch Favorite anklicken. Und dann bildet sich hier so ein kleiner Favorite-Tab an der Seite und dann habt ihr sozusagen schnell Zugriff auf genau das, was euch am meisten interessiert. Also ich habe das zum Beispiel für meine To-Do-Listen, dass ich auf die einfach schnell Zugriff habe. Gehen wir aber mal zurück zu Studi-Leben. Das war es für die private Ecke, aber ihr könnt natürlich einfach Sachen immer hinzufügen. Also ihr könnt, wenn ihr hier runter geht und ein Slash macht, machen wir mal Page. Und dann seht ihr hier unter Templates gibt es super viele Möglichkeiten, noch Templates zu machen. Falls ihr also zum Beispiel bald in den Urlaub fahrt, könnt ihr einfach Travel Planner klicken und könnt dann einfach den Travel Planner ansehen. Also wie man das hier macht. Notion hat wie gesagt super viele tolle Vorlagen, an denen man sich einfach mal so ein bisschen orientieren kann. Dann kommen wir zur nächsten Spalte, Produktivität. Und das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Spalten. Ihr könnt es auch neu sortieren, wie ihr möchtet. Ihr könnt einfach hier die private Ecke schnappen und woanders hin draggen und droppen, falls euch das nicht so sehr interessiert. Aber ich finde es ganz gut, die heutigen Sachen, also die Dinge, die man heute an dem Tag erledigen möchte, zu trennen von zum Beispiel der Monatsplanung oder der Wochenplanung. Damit es einfach nicht so überwältigend erscheint für euch. Deswegen habe ich hier einen Reiter, der heute heißt. Da habe ich jetzt meine To-Do-Liste eingefügt. Ihr könnt natürlich noch mehr hinzufügen. Und tatsächlich auch das Wetter. Diese Widgets gibt es bei einer Webseite, die indefi.co heißt. Ich werde sie einfach in der Description-Box verlinken. Auf der Webseite seht ihr dann ein Tutorial davon, wie man das genau einfügt. Aber ich finde es tatsächlich sehr hilfreich, das Wetter regelmäßig zu sehen. Und habe das jetzt hier mal als Beispiel mit eingefügt. Und deswegen heute ist ganz, ganz easy gemacht. Die Monatsplanung ist auch aus meinem Video, was ich im Februar, glaube ich, hochgeladen habe, weil ich einfach Monatsplanung super wichtig finde. Und ich finde es super wichtig, wenn man sich jeden Monat für die unterschiedlichen Bereiche in seinem Leben eben die Ziele sozusagen festlegt. Das heißt, hier oben könnt ihr eure Ziele für Uni festlegen. Da könnt ihr dann hier quasi ein neues To-Do hinzufügen. Das ist dann zum Beispiel Vorlesungen in Physik nacharbeiten. Und da bekommt ihr da ein To-Do. Und privat ist es zum Beispiel das To-Do. Und dann könnt ihr, wenn ihr sozusagen die Ziele für den Monat erfasst habt, die dann wiederum auf eure Wochen einteilen. Beziehungsweise, wenn das ein sehr großes Projekt ist, wie das hier, also Vorlesungen in Physik nacharbeiten, wenn ihr zum Beispiel sechs Vorlesungen hattet oder so. Das ist ja ein recht großes Projekt. Und dann könnt ihr also in eurer Woche sozusagen die Das in kleinere Schritte einteilen. Das heißt, wenn insgesamt Vorlesungen nacharbeiten, dann sagt ihr hier zum Beispiel diese Woche zwei Vorlesungen nacharbeiten. Damit ihr eben sozusagen das alles dann in kleinere Schritte einteilt. Und wenn ihr dann hier eure Wochenplanung anseht und sagt, aha, zwei Vorlesungen nacharbeiten. Und heute nehme ich mir dann vor, eine Vorlesung nachzuarbeiten. Und dann habt ihr diese ganzen Schritte einfach schön nacheinander geplant in kleinere Schritte, die einfach machbarer sind. Falls ihr euch fragt, wie man sich hier so diese Sachen nebeneinander macht. Ich zeige euch das euch mal ganz kurz. Wir machen hier zum Beispiel ein Heading für Ehrenamt. Jetzt, also fiktiv sagen wir jetzt mal, okay, ihr habt noch zusätzlich ein Ehrenamt, wo ihr auch eure To-Dos zusammenfassen müsst. Und dann könnt ihr das hier oben einfach hier dragen und droppen. Und dann habt ihr hier auf der Seite noch Ehrenamt hinzugefügt. Wenn ihr auch so ein Template machen wollt, wie hier, dass Add a new to-do als Button kommt, dann macht ihr Slash und dann Template Button. So, das ist dann der Name von eurem Button. Der ist dann Add a new to-do. Und wenn ihr draufklickt, kommt auch automatisch dann sozusagen hier der To-Do. Mir ist gerade aufgefallen, dass es wahrscheinlich ganz hilfreich wäre, zum Beispiel einen Monatsplanung-Button zu haben. Das heißt, wenn ein neuer Monat ansteht, dass ihr quasi einen neuen Monatsplanung-Button bekommt. Und das machen wir mal zusammen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen Template-Button. Und das heißt, neuer Monat. Was soll dann eben auftauchen, wenn wir den neuen Monat machen? Nicht ein To-Do, sondern das hier soll auftauchen. Das heißt, jedes Mal, wenn wir auf neuer Monat drücken, soll quasi dieser Monatsplanung-Button kommen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier drauf drücken, neuer Monat, tadaa, haben wir einen neuen Monatsplanung. Sieht verrückt aus, aber funktioniert, ist tatsächlich super hilfreich. Dann habt ihr immer einen neuen Monatsplanung-Button. Weiter zu Produktivität. Haben wir hier eine Prä-Uni-Task-List. Und weil viele von euch ja wahrscheinlich Erstis sind oder jetzt eben Studienanfänger erinnern, habe ich hier eine kleine Task-List für euch zusammengestellt. Auch als Kanban-Board, weil ich finde, das funktioniert am besten. Und dann auch noch mit so einer komischen Ansicht mit diesen Blöcken. Ich finde nämlich, dass es manche Dinge gibt, die man vor der Uni machen muss, die ja nicht einfach so ein To-Do sind, sondern ein etwas größeres Projekt. Wie zum Beispiel abzuklären, welche Versicherungen man hat. Das wäre ein Projekt, wo man eben Krankenversicherung, Haftpflichtversicherung, Fahrradversicherung, Hausratversicherung und so weiter mal mit den Eltern besprechen sollte. Und das ist eben nicht so ein kleines Projekt. Ich habe hier übrigens noch ein paar Videos von mir immer mal wieder eingefügt für wichtige Themen, wie zum Beispiel Vorbereitung auf das Studium. Hier spreche ich eben über Versicherungen und so weiter. Und das ist ja gar nicht mal so unwichtig. Aber auch beim BAföG-Antrag, das ist natürlich ein super großes Projekt. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel eure Master-To-Dos tracken und einfach schauen, okay, wie weit ist der Antrag, was muss ich noch machen und so weiter. Und so könnt ihr dann hier auch eure Wohnsituation zum Beispiel klären. Das heißt, ich habe hier so kleine Sachen mal eingefügt. Ihr könnt natürlich Sachen einfach hinzufügen, indem ihr hier auf das Plus drückt und dann bekommt ihr automatisch ein neues Projekt, was ihr hinzufügen könnt. Dann habe ich hier noch den Reiter Mein Studium. Hier könnt ihr also alle Informationen über euer Studium allgemein sammeln. Natürlich habt ihr jedes Semester andere Vorlesungen und andere Unterlagen und dafür habe ich tatsächlich eine komplett separate Nosten-Template. Aber hier könnt ihr die Informationen sammeln, die sich quasi nie verändern. Das heißt, das Studierendensekretariat, wer eure AnsprechpartnerInnen sind, wo zum Beispiel die ganzen Unterlagen sind, die ihr braucht. Und um das hier herzustellen, um so eine Einfügung zu machen, könnt ihr hier Web-Bookmark und dann könnt ihr einen Link reinposten. Und dann seht ihr das so, dass sie dann ein bisschen schöner aussehen, wenn da einfach nur ein Link ist. Das heißt, diese Funktion heißt Web-Bookmark. Ich habe hier unten noch eine Notenübersicht eingemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich haben wollt oder nicht. Ich habe es einfach jetzt quasi als Vorschlag mal gemacht. Ihr könnt dann hier unter Modul quasi alle Module einfügen, die in eurem Studium dann vorkommen. Und die Veranstaltungen, die zu den Modulen jeweils gehören, dann eben Prüfungsleistung, Credit Points und Note mal aufschreiben. Ich finde es tatsächlich ganz gut, mal da eine Übersicht zu behalten, weil wir hatten zum Beispiel kein Online-System, wo die Noten als Übersicht gezeigt wurden. Das heißt, ich musste das immer selbst tracken und einfach im Auge behalten. Deswegen habe ich das jetzt mal da eingefügt. Kommt hier aktuelles Semester. Und tatsächlich habe ich da jetzt nichts wirklich eingefügt. Ich habe hier mal so ein kleines Widget reingemacht zum Semesterende. Aber ich würde euch da tatsächlich mein anderes Template empfehlen, das heißt die Pforte. Ich habe darüber auch ein komplett anderes Video gemacht, weil das ein ziemlich ausführliches Template ist. Deswegen zeige ich das nicht. Aber ich kann es euch hier mal kurz so einen kleinen Glimpse geben. So sieht das Ganze dann aus. Und das ist dann zur Planung des aktuellen Semesters. Das habe ich, wie gesagt, hier einfach mal verlinkt. Ihr könnt mal ansehen, ob das was für euch ist oder nicht. Aber das Video dafür ist auf jeden Fall hier im Template mit drin. Das war der Reiter Produktivität. Und hier unten kommen wir zu Erwachsenes. Das könnt ihr natürlich, wie gesagt, erweitern, wie ihr es möchtet. Aber ich dachte, ich zeige euch mal hier ein paar kleine Sachen. Zum einen Budget, was ich nämlich super wichtig fand am Anfang des Studiums und was ich nicht sofort gemacht habe am Anfang, ist tatsächlich herauszufinden, wie viel Geld ich so ausgeben kann. Und um das zu machen, gibt es im Prinzip ein paar Dinge, die ihr herausfinden müsst. Zum einen, wie viel Einkommen ihr tatsächlich habt. Und hier habt ihr die Möglichkeit, dann die unterschiedlichen Einkommensquellen anzusehen, die Summe von der Einkommen. Und dann wird hier unten das dann einfach zusammen addiert. Das heißt, das hier ist jetzt fiktiv 1.180 Euro insgesamt. Und dann gibt es die Semesterfixkosten. Das heißt, Studienbeitrag, Semesterticket, Bahncard 50. Das heißt, das sind Fixkosten pro Semester. Bahncard 50 habe ich jetzt zum Beispiel auf zwei Semester aufgeteilt. Also, wenn man unter, ich glaube, 26 ist, kostet die Bahncard 50, 61,90 Euro. Und die habe ich jetzt eingeteilt auf beide Semester. So, und dann habt ihr die monatlichen Fixkosten. Das sind so Sachen wie Miete, Handy, Versicherung. Und es ist dann ganz wichtig zu überlegen, was von den Semesterfixkosten muss ich dann ersparen. Das heißt, diese Person hier ganz fiktiv muss sparen für den Studienbeitrag, der 171,80 Euro das Semester ist. Das heißt, pro Monat sollte man 29 Euro beiseite legen als monatliches Fixkosten, um den Studienbeitrag dann letztendlich zu bezahlen. Das heißt, die Ausgaben sind dann insgesamt monatlich als Fixkosten 589 Euro. Das heißt, frei verfügbares Geld ist natürlich Einnahmen minus monatliche Fixkosten. Und das sind 591 Euro. Und dann ist hier unten quasi ein kleiner Tracker eingebaut. Das finde ich eigentlich am besten. Dann könnt ihr quasi hier einfach alles reinschreiben, was ihr gekauft habt, wie viel das gekostet hat und in welcher Kategorie das angehört. Das könnt ihr natürlich selbst einfach einteilen, wie ihr es möchtet. Dann vielleicht sagen, war zu teuer. Und das Datum der Ausgabe. Was man nämlich dann machen kann, ist sozusagen die monatlichen Kosten dann hier anzusehen. Das macht man, indem man beim Filter dann eingibt, wir haben ja hier dann das Datum der Ausgabe angegeben. Und beim Filter kann man dann sagen, wo Datum ist an oder später, dem 1. Juli. Und, hier ganz wichtig, und, nicht oder. Wo das Datum ist an oder vor dem 31. Juli. Und dann grenzt ihr sozusagen das Datum ein. Also ihr grenzt einfach ein, alle Daten zwischen dem 1. Juli und 31. Juli. Und so bekommt ihr dann euer Budget und eure Ausgaben für den Monat. Und ihr könnt dann, um das zusammenzurechnen, könnt ihr hier unten einfach Calculate sagen. Und dann soll es bitte die Summe aller Kosten, die hier angezeigt wurden, berechnen. Das heißt, wir können dann hier sehen, im Juli 2021 habt ihr 27 Euro ausgegeben. Ihr müsst nicht tracken. Ich finde es ganz interessant, mal ein paar Monate zu tracken und ungefähr herauszufinden, wie viel man so braucht. Das ist einfach sinnvoll. Aber ihr müsst es natürlich nicht machen. Das heißt, hier hatten wir Budget. Falls euch übrigens auch so Kosten im Studium und Sparen im Studium interessiert, dazu habe ich letztes Jahr zwei sehr informative Videos in meinen Augen gemacht. Ich werde Kosten im Studium mal hier oben verlinken und dann beide, also Kosten und Sparen im Studium, in der Description box, falls euch das thematisch interessiert. Dann haben wir hier Gesundheit. Und das ist jetzt vielleicht etwas, was nicht so viele von euch so super interessant finden, aber ich finde das so unheimlich hilfreich. Und zwar einfach mal aufzuschreiben, zu welchen ÄrztInnen man so geht. Das ist einfach super wichtig. Telefonnummer, E-Mail, Adresse. Und hier unten, das klingt vielleicht auch richtig blöd, aber ich finde es tatsächlich sehr sinnvoll, einen Überblick darüber zu haben, warum ich in den letzten Jahren zum Arzt gegangen bin. Das heißt, ich habe mir immer aufgeschrieben, wann ich zum Arzt gegangen bin, aus welchen Gründen und was da so bei rumkam. Das habe ich immer festgehalten. Ich habe das tatsächlich schriftlich in einem Ordner, aber es macht ja grundsätzlich auch Sinn, das digital zu erfassen. Das heißt, ich habe dann hier mal einfach so fiktiv eine Tabelle hingemacht. Müsst ihr natürlich nicht benutzen, wenn ihr es nicht möchtet. Hier unten ist die Wohnung. Und da kommt es natürlich darauf an, wie ihr dann leben möchtet. Ich bin jetzt hier quasi von der WG ausgegangen. Und diese Seite könnt ihr dann auch mit euren MitbewohnerInnen teilen, sofern sie sich auch Notion holen möchten. Und das macht man, indem hier oben auf Share drückt. Normalerweise ist hier Share to the Web nicht an. Allerdings habe ich das jetzt natürlich an, damit ihr Zugriff auf dieses Template habt. Und hier unten kann man dann eben die E-Mail-Adressen anderer Personen einfügen. Das heißt, eure MitbewohnerInnen haben ja auch eine E-Mail-Adresse, mit der sie sich bei Notion angemeldet haben. Die könnt ihr dann hier reinmachen und sie dann einladen. Und dann haben sie auch Zugriff auf dieses Template. Hier habe ich jetzt einfach mal so Übersicht über ein paar Dinge gemacht. Zum einen über die Miete. Also ist jetzt ganz fiktiv irgendeine Einteilung. Dann zum Beispiel Telefonnummer vom Hausmeister oder Vermieterin. Finde ich super sinnvoll. Hier könntet ihr den Mietvertrag reinladen und den Stromvertrag reinladen. Finde ich super wichtig, einfach so die wichtigsten Sachen für alle verfügbar zu haben. Das ist wahrscheinlich keine schlechte Sache. Dann habt ihr hier WLAN und Passwort. Und hier gibt es einen Link zu gemeinsamen Ausgaben. Falls ihr alleine wohnt, könnt ihr natürlich diese Sachen dann einfach ein paar davon löschen, wie zum Beispiel das hier. Aber wenn ihr auf gemeinsame Ausgaben klickt, kommen wir wieder zu einer wunderschönen Mathe-Tabelle, die für euch ausrechnet, wer wem was schuldet quasi. Also ich habe jetzt hier fiktiv meinen Biomüll-Container gemacht. Der kostet 20 Euro. Und diese Spalte hier rechnet automatisch das hier durch 3. Das heißt, ihr könnt das dann hier sehen. Ihr müsst euch ein bisschen länger damit beschäftigen vielleicht, aber im Wesentlichen könnt ihr sagen, okay, wir nehmen die Information aus Summe, teilen sie durch 3. Ich weiß nicht, warum die das mit dem Mal 100 geteilt durch 100 machen. Das ist eigentlich wurscht. Ihr könnt auch einfach sagen, Summe geteilt durch 3. Und dann seht ihr hier die Ausgabe pro Person. Wenn ihr jetzt in der VG zum Beispiel 4 Personen seid, könnt ihr hier einfach 4 reinmachen. Und dann wird das einfach durch 4 geteilt. Wenn ihr 6 Leute seid, könnt ihr es durch 6 teilen lassen und so weiter. Ich lasse es mal bei 3. Ihr müsst natürlich dann selbst ausrechnen, wie viel jeder für sich ausgegeben hat und welche Differenz es hat. Aber das ist ja immerhin schon mal eine kleine Erleichterung. Das heißt, hier könnt ihr einfach eure Ausgaben hinzufügen und dann hier eben mit ein reinmachen, wer tatsächlich die Ausgabe gemacht hat. Hier unten gibt es auch einen Kalender, den man so ein bisschen als WG-Kalender benutzen kann. Das könnt ihr auch überlegen, ob ihr das machen möchtet oder nicht. Das heißt, wir haben hier Datum, wann irgendwas ist. Zum Beispiel ist da so eine Geburtstagsparty, welche Räumlichkeiten man dafür verwendet. Ich glaube, ein Wohnzimmer werden die meisten von euch nicht haben. Genau, damit man einfach so einen kleinen Überblick darüber hat, was demnächst anstehen wird und was man so benutzen könnte. Das ist also unter die Wohnung. Das war es tatsächlich erstmal mit diesem Template. Ich bin super gespannt von euch zu hören, ob ihr das so benutzen wollt, was ihr hinzufügt oder nicht. Und falls ihr diese Templates von mir verwendet, ich freue mich immer sehr, wenn ihr mich dann auf Instagram verlinkt, weil ich super interessant finde, zu sehen, was so ergänzt wird und was nicht ergänzt wird. Weil ich versuche natürlich immer so das zu machen, was am optimalsten ist für alle. Und ich hoffe, dass dieses Video von euch interessant war. Vielen, vielen Dank an Notion, dass sie mich überhaupt sponsern, dass sie mich kennen. Ich habe geschrien, als sie gesagt haben, sie wollen nochmal mit mir zusammenarbeiten, weil ich Notion wirklich so sehr liebe. Und diese App benutze ich jeden einzelnen Tag. Ich lüge nicht jeden einzelnen Tag. Mein ganzes Leben ist darauf organisiert. Und wenn das euch irgendwie auch helfen kann und euren Alltag erleichtern kann, dann freut es mich natürlich umso mehr. Das heißt, ganz liebe Grüße an die Leute von Notion. Ein herzliches Dankeschön. Ganz liebe Grüße an euch. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder hinterlasst ein Like. Und wir sehen uns wieder bald. Bis dann.